ich möchte in diesem video demonstrieren wie man den türblock erstellt es geht hier nicht nur darum allein den block zu erzeugen für eine tür darzustellen sondern soll auch ein dynamischer block sein der gewisse funktionalitäten beinhaltet die weit über den möglichkeiten die ein statischer block liefert hinausgehen ich finde mich hier in autocad 2012 ich habe als zeichnen einheiten zeichnungseinheiten habe ich zentimeter es liegt ein 12 5 raster zugrunde es geht ja hier um hochbau da empfehle ich schon mit 12 5 rastern zu arbeiten wir finden die möglichkeiten blöcke zu erzeugen oder auch einzufügen im register einfügen hier gibt es die möglichkeit schon weitere blöcke einzufügen bzw auch blöcke zu erstellen das wenn man hier unter blog definitiv definition man könnte jetzt schon anfangen zu zeichnen danach das ganze in block konvertieren ich mache das direkt an dem blog editor das heißt ich habe nichts gezeichnet sondern ich fange jetzt gleich an unter blog erstellen gibt es zwei möglichkeiten entweder direkt in der zeichnung den blog zu stellen da wird auch dann dort gespeichert oder ich kann den auch quasi extern speichern quasi außerhalb meiner zeichnung um ihn zum beispiel auch in anderen zeichnungen dann verwenden zu können im übrigen können sie natürlich auch blöcke die sie in einer zeichnung erstellt haben dann auch anderen zeichnungen zur fügung stellen den sie quasi exportieren oder nach im nachhinein als w-block umwandeln oder sie über das design sender austauschen das geht auch aber wenn sie von vornherein wissen okay ich möchte diesen blog außerhalb meiner zeichnung verwenden dann macht es vielleicht sinn wenn sie es gleich beim erstellen mit berücksichtigen auf diese zweite option gehen ich möchte diesen blog allerdings nur in dieser zeichnung verwenden jetzt zu übungszwecken deswegen gehe ich hier auf blog erstellen den klassischen weg und gehe dann drauf jetzt will den namen wissen ich nenne das ganze mal tür 25 warum 25 weil diese tür passt nur eine 25er wand ich könnte natürlich die funktionalität auch erhöhen und die tür allgemein machen dass sie auch für andere wände geht wie 12 5 oder auch für 36er wände oder wie auch immer auch wenn die nicht in den 12 55 raster unterliegen das ginge auch allerdings mit natürlich noch viel mehr mühe geben diesen blog zu erzeugen das heißt mir einen viel größeren kopf machen ich begnüge mich einfach mal da jetzt bei diesem beispiel damit dass dieser blog in eine 25er wand passt deswegen schreibe ich allerdings dazu damit ich das auch weiß sie können das im übrigen hier unten auch noch genauer dokumentieren deswegen schreibe ich hier noch mal hin türblock tür darstellung grundriss das könnte auch eine ansicht sein deswegen schreibe ich grundrichter zu maßstab 1 zu 100 nennen wir mal ms 1 zu 100 ist die der maßstab beziehungsweise der detaillierungsgrad eine tür eine tür im 1 zu 10 oder 1 zu 20 oder auch um 1 zu 50 ist normalerweise anders und anders dargestellt als im hundertstel oder zweihundertstel das heißt sie sind sie im entwurfsbereich und was fehlt hier noch ich schreibe noch dazu falls das jemanden das kürzel niemanden etwas sagt noch für 25er wand 25er wand so basis punkt könnte man es am bildschirm festlegen macht keinen sinn aber eh nichts gezeichnet dass selbe gilt für objekte für den fall dass sie schon etwas gezeichnet hätten dann könnten sie hier quasi diese blöcke diese zeichnung gleich verwenden das ganze in den blog konvertieren oder auch beibehalten oder löschen beschriftung macht in dem fall auch keinen sinn denn wir haben es keine texte falls mit texten arbeiten wollten in blöcken dann könnte man das hier entsprechend einstellen skalierung und so weiter können wir übergehen interessant ist noch mal die einheit zentimeter macht in dem fall sind man kann eine andere einheit wählen wie gesagt spielt dann eine rolle wenn sie den blog in eine zeichnung einfügen und in der zeichnung andere einheiten verwendet werden als beim blog dann kann das entsprechend skaliert beziehungsweise ja hoch oder runter gerechnet werden deswegen sind die einheiten so wichtig und sie könnten noch ein überlink hinzufügen sofern das sinn machen wird immer auf ok es wird gleich rummeckern und sagen ja ich habe keine objekte gewählt nämlich quasi daran erinnern weil ich hier quasi angehagelt hat den blog konvertieren weil der klassische weg ist man zeichnet was und tut danach daraus ein blog erstellen ich sage ist mir bewusst deswegen gehe ich hier auf weiter und sage jetzt hier blog neu definieren das liegt einfach daran ich habe vorhin schon mal geübt und da habe ich ein blog erzeugt der tür 25 hält heißt und deswegen weist mich darauf hin ich könnte jetzt den quasi nicht definieren und einen anderen namen wählen oder ich gehe auf neu definieren aber da quasi komplett überschrieben ich gehe auf neu definieren für den fall dass sie das quasi das erste mal machen dann kommt diese meldung nicht aber wenn der blog schon vorhanden ist dann werden sie darauf hingewiesen um zu verhindern dass sie vielleicht irgendwas überschreiben weil sie nicht überschreiben wollen also gehen wir auf neu definieren und jetzt bin ich in meinen blog editor sie sehen das daran dass hier so eine neue registerkarte hinzugekommen ist die auch ein bisschen anders farbig dargestellt wird und auch der hintergrund sieht etwas anders aus das heißt in diesem blog da können sie jetzt den blog erstellen bearbeiten und auch testen im übrigen stehen die anderen registerkarten bedingt auch noch zur verfügung es könnte sein dass gewisse funktionalitäten jetzt nicht gehen die jetzt zeichnung spezifisch sind aber die meisten stehen ja auch zur verfügung und sie können auch jetzt hier im blog editor quasi fast wie in ihrer zeichnung zeichnen wie gesagt sobald sie den blog verlassen dann wird ist diese registerkarte nicht mehr verfügbar ok ich möchte jetzt zeichnen eine 25er also eine tür für eine 25er wand ich fange erstmal an die wand öffnung und in dem wand weil die wand öffnung zu zeichnen oder dem mauerwerk dem mauer durchbruch dazu wähle ich den passenden leer ausgehe auf leer und das mache ich deshalb damit dann auch gleiche linien auf richtigen leeren sind deswegen auch mein hinweis legen sie einmal eine gewisse leer struktur fest und die können sie dann auch in den blöcken verwenden und damit können auch automatisch dann die elemente des blogges an und ausgeschalten werden gehen wir mal auf dass der leer grundriss türöffnung der ist jetzt aktuell dann gehe ich hier auf linie und sage mir ok das ist mein einfügepunkt das heißt hier ist mein meinetwegen meine wand ich tue das immer oberhalb der wand einfügen also der innenseite der wand wenn man so will und gehe dann hier auf diesen punkt und sage 25er wand und wiederhole das ganze noch mal wiederhole linie geht dann hier rüber auf die 75 ja sie sehen ich arbeite jetzt hier im raster das ist mein ursprung das übrigens ein lokales bks weil es nur für den blog gilt das ist quasi mein einfügepunkt dann später in der zeichnung ist dieser ursprung und geht es von hier quasi 75 nach rechts und da ich im raster arbeite kann ich mir jetzt hier irgendwelche koordinateneingaben sparen ja das wäre jetzt quasi meine wand öffnung stellen sich einfach vor dass hier meine wand ankommt ja jetzt wird hier geöffnet und hier geht dann weiter drüben gut was wir brauchen ist das türblatt das geht nach hier oben das allerdings auf einer anderen leer denn ich möchte später die möglichkeit haben mein weg nur die öffnung darzustellen und die türen auszublenden deswegen weg wechsel ich noch mal den leer und habe hier noch mal grundriss tür und jetzt kommt hier mein türblatt das ist im übrigen auch auf einem anderen nicht nur auf einer anderen leer sondern auch eine andere strichstärke über das ganze gezeichnet diese linien sind haben dieselbe strichstärken wie die wände während es diese das türblatt etwas dünner gezeichnet ist und das ist auch wieder 75 hoch so das wäre jetzt mein blog und ich gehe jetzt mal hier auf blog editor schließen änderung speichern tür sage ich mal ja und momentan nichts gesehen wieder meiner zeichnung weil registerkarte ist weg und ich könnte jetzt den blog einfügen um das mal zu zeigen zeige ich mal schnell eine 25er wand das könnte zum beispiel meine 25er wand sein der form halber endlich noch mal den leer ab damit sie auch den unterschied sehen das ist jetzt grundriss meinetwegen in wand und möchte jetzt hier meinen blog einfügen gehe also auf einfügen dann sehe ich hier wie kann man jetzt so ein blog einfügen ich bin wieder in der zeichnung und sie finden die registerkarte einfügen und hier können sie hier vorne blöcke einfügen sie am besten auf einfügen beziehungsweise sind noch mehrere möglichkeiten beispielsweise attribute entsprechend noch einzufügen das kommt später gehen wir auch nur auf einfügen jetzt erscheint hier der zuletzt verwendete blog sie sehen auch eine kleine vorschau weil sie mehrere blöcke in ihrer zeichnung haben dann können sie die hier auswählen er zeigt quasi alle blöcke an die sie in ihrer zeichnung quasi gespeichert haben und wenn sie jetzt meinetwegen der blog ist meinetwegen nicht in ihrer zeichnung sondern extern da gibt es eine möglichkeit ist sie können auf durchsuchen gehen und dann können sie quasi dann von hier den blog den externen blog auswählen der blog ist in dem fall unsere zeichnung also gehe ich hier auf wähle einfach aus gehe auf name dann muss ich noch wissen was ist das für ein einfüge punkt ja ich kann das meinetwegen hier direkt eingeben wenn ich das schon weiß oder ich kann sagen na das gebe ich am bildschirm an deswegen tue ich den haken setzen und sage hier am bildschirm einfügen skalierfaktor falls ich größer oder kleiner habe dann kann ich das in x richtung skalieren ich kann es natürlich aber auch zum teil in x y z richtung getrennt skalieren falls das sinn macht in dem fall lasse ich alles auf 1 das bleibt gleich sie können auch die drehung einstellen wenn sie das ganze drehen wollen wenn sie schon wissen der ganze blog soll um 30 und 90 grad gedreht werden kann man das hier einstellen sie können aber auch sagen ich möchte das ganze am bildschirm bestimmen interessant ist in dem sammhang doch mal die sache mit der einheit das betrifft auch die skalierung das geht ein bisschen einander über hatte ich ja vorhin schon oder anderen videos schon erwähnt wenn sie ein blog einfügen dann müssen sie im prinzip da wird immer die einheit berücksichtigt das heißt sie haben hier eingestellt bei der zeichnung die einheiten und der blog hat auch gewisse einheiten gespeichert und das wird es gegeneinander verrechnet das heißt nehmen an sie hätten jetzt den blog in zentimeter und hier die einheiten in meter dann wird der blog entsprechend runter gerechnet also in hundertstel wird das quasi dann nach unten skaliert oder wenn es umgekehrt wäre wird er halt größer dargestellt das sehen sie am prinzip hier am faktor in dem fall ist es 1 liegt einfach daran dass sowohl der blog als auch die zeicheneinheiten als die blog einheiten also zeicheneinheiten sind zentimeter deswegen gibt es nichts umzurechnen und deswegen wird hier 1 eingestellt wenn man das nicht will kann man das so und auch hier nochmal korrigieren ja sie sehen sie können nichts einstellen aber wenn sie jetzt sagen ja ich will aber unbedingt dass das meinetwegen nicht umgerechnet wird aus irgendeinem grund dann können sie das auch hier nochmal entsprechend dann justieren letzter punkt ist hier der ursprung hier können sie meinetwegen sagen ob das ob das in seine einzelteile zerlegt wird das heißt wenn sie diesen haken aktivieren dann wird der blog eingefügt und sofort aufgelöst das heißt er verliert seine blog funktionalität die elemente werden einfach sind dann quasi wieder vorhanden in der zeichnung aber es ist kein blog mehr gehen wir erstmal auf nutzer erstmal diese einstellung gehen ja auf ok jetzt hängt mir die tür am fadenkreuz und ich kann die jetzt hier absetzen blöderweise habe ich keine wand einfach mal so und jetzt sieht man hier draufklick ist das quasi eine tür also das ist immer ein blog hat nur einen punkt ich kann quasi nur am einfüge punkt kann ist quasi nur positionieren wenn sie jetzt auf die eigenschaften gehen dann sehen sie hier blog referenz interessant ist der begriff referenz das heißt der blog ist nur einmal gespeichert und wird quasi mehrfach verwendet ich werde noch mal schnell eine wand zeichnen damit man den noch mal sieht wie man das normalerweise einfügt tun wir kurz eine wand das ist grundriss innenwand dann zeichnen wir mal so ein rechteck das sollte meine innenwand sein so und gleich zwei gezeichnet wie ich das gemacht das ist mir ganz unklar gut dann gehen wir noch mal auf einfügen das übernehmen ich jetzt einmal noch mal den blog in dieser form so wiederhole das setze noch mal daneben man kann das glaube ich kaum erkennen ich mache mal das raster aus dann sieht man das besser so das war jetzt hier meine tür und jetzt könnte man das ganze noch verändern also was heißt verändern können sie eigentlich gar nichts das ist bei unternommen der blog sie sehen das ist hängt quasi an unserem basis punkt ansonsten kann es das block nur wird das block element oder die block elemente als ein element in der zeichnung betrachtet ändern können sie es eigentlich nur in denen sie es entweder im blog editor bearbeiten ich mache das mal falls ihnen einfällt sie wollen was ändern dann gehen wir den rechten maus da drauf gehen hier auf blog editor und könnten jetzt hier das ganze noch verändern was ich mal machen werde ich werde den bogen noch hinzufügen also ich gehe jetzt hier auf start dann auf bogen ich nehme jetzt hier bogen startpunkt mittelpunkt endpunkt und zeichne jetzt noch den bogen ich schicke erstmal vor nochmal den leer ob der passt das ist leer 0 das ist nicht so gut das ist jetzt leer Grundriss Tür und was wir zuerst wissen er will den startpunkt haben ja das wir jetzt quasi wie so ein kreis normalerweise gezeichnet ist der erste quadrant hier ist der nullpunkt hier ist quasi 0 grad 90 grad etc also fange ich jetzt hier an von hier und hier oben ist mein endpunkt also sie müssen immer so einen bogen zeichnen wie sie im prinzip auch den kreis kennen oder wie auch die winkel entsprechend definiert sind also hier 0 0 grad 90 grad 180 270 360 also entgegengesetzte der uhrzeige des uhrzeigers ok jetzt haben wir es verändert jetzt gehen wir auf blog editor schließen er sagt jetzt dass wenn wir es verändert haben wollen wollen wir das speichern sagt man ja und sie sehen es ist überall jetzt in allen unseren referenzen wird das entsprechend abgebildet und sie sehen das ist natürlich auch ein großer vorteil wenn sie mit blöcken arbeiten das heißt sie können dann die blöcke verändern und müssen das dann immer mal neu machen sprich nehmen an sie hätten jetzt eine zeichnung mit 100 türen und ihnen fällt mein wegen dann ein dass sie in dieser darstellung etwas ändern wollen dann können sie das quasi dann noch ein bisschen diese änderungen noch einmal vornehmen und das wird quasi entsprechend dann in allen abbildungen oder in allen referenzen dieses blogges dargestellt weil wie gesagt der blog ist nur einmal gespeichert und wird einfach nur mehrfach dann in der zeichnung verwendet ich möchte noch mal ganz kurz demonstrieren was passiert wenn ich jetzt den blog zerlege ich mache das einfach nochmal ich kopiere mir jetzt mal den blog ich könnte noch neu einfügen auch ich kopiere ihn setze mal drüben ab und es gab natürlich auch die möglichkeit den zu zerlegen momentan ist es ja immer noch ein element also quasi eine referenz die kann man nur ändern über den blog editor ich möchte allerdings das ganze jetzt zerlegen die einzelbestandteile also gehe ich hier auf sprengen das ist dieser befehl start sprengen und wähle das objekt aus und rechte maus beende ich die auswahl sie werden das ding nichts passiert allerdings wenn sie draufklicken sehen sie jetzt ist das ding in der einzelteile zerlegt und ich könnte das ganze verändern aber aufpassen es ist kein blog mehr das heißt wenn ich jetzt auf meine blöcke gehe und hier etwas ändere also gehe auf blog editor und füge es mal noch irgendwas hinzu zum beispiel hier einfach nur testweise mal so eine linie machen mal so eine linie wenn man die besser sieht macht das keinen sinn aber nur das zu demonstrieren sagen wir ja aber mal speichern dann sehen sie hier ist es dazu gekommen das hat funktioniert allerdings hier das ist diesen gesprengten blog wird dadurch im prinzip nicht mehr davon beeinträchtigt das heißt wenn sie einen blog sprengen dann verliert er im prinzip seinen bezug zu seinem original als die referenz nicht mehr vorhanden sondern es wird einfach nur die die elemente dieser referenz werden quasi in ihre zeichnung hinein kopiert und sie können sie dann verändern allerdings haben sie nicht mehr diese funktionalität also immer entscheiden muss ich sprengen muss ich nicht sprengen immer von fall zu fall abhängig im übrigen können sie das direkt auch bei der eingabe machen beim einfügen des blogges ich zeige das noch mal sie gehen ja auf einfügen bloggen können hier auf ursprung gehen so wird der block quasi eingefügt und gleich gesprengt setze ich das hier ab und sie sehen wenn sie jetzt hier drauf gehen ist es kein blog vergleich zu hier also kennen wir einen blog daran wenn sie draufklicken wo es mehrere elemente sind gibt es nur einen punkt oder sie gehen mal hier auf die eigenschaften dann sehen sie hier blockreferenz ja während das hier drüben das sind dann einzelne elemente wie zb die linie sie kommen auf diese elemente nur an denen sie über bloggedeater oder über indem sie sprengen wenn sie diesen bloggedeater machen dann ändern sie quasi ihren blog das heißt auch alle referenzen wenn sie sprengen wird quasi nur diese einzelne blog quasi zerlegt und dann können sie die einzelnen elemente bearbeiten so viel zum einfügen von blöcken ich möchte nun demonstrieren wie man diesen blog dynamisch macht das heißt immer jetzt bis etwas funktionalitäten hinzufügt momentan ist es noch ein stinknormaler blog das ist der das heißt ja statisch statisch bedeutet er sieht im prinzip so aus wie er aussieht man kann im prinzip nichts individuell anpassen individuell heißt pro referenz das bedeutet wenn ich im prinzip jetzt eine tür haben möchte füge mal einen blog ein ursprung nämlich wieder raus tür und setzt das jetzt hier ab und ich möchte meinetwegen dass diese tür jetzt größer ist ja ich könnte natürlich wenn ich das jetzt ändern würde über den editor habe ich ja gesagt ich könnte es eben mit bloggedeater machen dann würde aber die auch größer werden und wenn ich jetzt das ganze quasi sprengen sprengte ging es natürlich auch dann spreng ich das ganze dann kann ich das jetzt hier verschieben und das hier größer machen hat allerdings den nachteil dass dann natürlich ist das boot pro tür machen muss das müssen wir jetzt quasi einen anderen blog machen das wäre eine 75er tür und das wäre dann meinetwegen eine 87 5er tür um das quasi etwas eleganter zu machen und effizienter gibt es die dynamischen blöcke da kann man im prinzip auch gewisse parameter pro block instanz quasi ändern ohne letztlich den gesamten block ändern zu müssen wie das geht möchte ich jetzt demonstrieren ich möchte das nochmal raus ich gehe jetzt hier auf gehe auf meinen ganz normalen statischen blog rechte maustaste kennen sie ja schon und dann gehen wir auf bloggedeater eröffnet den bloggedeater jetzt kann ich den blog entsprechend verändern und was ich ändern möchte ich möchte einfach die breite ändern das heißt ich möchte diesen blog auf verschiedene türöffnungen für verschiedene türöffnungen verwenden können das heißt nur für eine 75er tür sondern auch für eine 87 5er 1 meter sogar 1,50 m tür dazu brauche ich verschiedene funktionalitäten einmal die möglichkeit in dynamischen blog zu erzeugen das finden sie und das finden sie hier der palette dynamik das sind hier die parameter und die aktion dazu aber sie werden sehen bei dieser tür so wie wir das haben wollen wird das nicht lange da brauchen sie noch mehr möglichkeiten sie brauchen und sie braucht die parametrik die parametrischen abhängigkeiten zwischen zeichenelementen einmal bezogen auf die geometrie und einmal bezogen auf die bemaßung wir fangen mit der parametrik an weil das macht sich immer von der von der reihenfolge her immer ein bisschen einfacher wenn sie erst die constraints spricht die abhängigkeiten setzen zwischen den elementen und danach die dynamischen eigenschaften dynamischen parameter definieren das heißt ich werde später im prinzip das hier ändern wollen ich zeige das einfach mal vom prinzip her ich gehe einfach dann hier auf strecken und schiebe das dann hier rüber aber aufpassen wenn ich das so rüber schiebe muss normalerweise das hier oben auch mitgehen das ist im prinzip das ziel was ich allerdings damit demonstrieren möchte wenn ich dann später meine türbreite ändere meine öffnungsbreite dann bleiben diese punkte hier konstant das sind genau drei punkte der hier unten dieser mittelpunkt also dieser dieser endpunkt von dieser linie und dieser endpunkt von der linie die bleiben konstant werden die anderen gehen mit ja das ist quasi die gehen komplett mit hier rüber und die geht im prinzip auch mit hier oben also jetzt werden wir diese das schon mal fixieren dazu gehen wir auf blog editor und wir haben hier unsere parametrischen einstellungen für die geometrie und hier gibt es die möglichkeit dass sie quasi punkte festsetzen die werden quasi fixiert gehen wir jetzt auf dieses schloss und aufpassen jetzt müssen sie quasi erst mal das element aktivieren und dann werden auch die punkte entsprechend ausgewählt je nachdem wo sie beim element hin klicken sehen sie das klick jetzt hier unten drauf dann wird dieser endpunkt aktiviert gehe ich in die mitte wird der mittelpunkt quasi aktiviert oder fixiert und klicke ich auf nähe dieses endpunkt der linie wird quasi dieser endpunkt fixiert also immer darauf achten dass sie auch das richtige element erwischen und alles richtige element und b den richtigen punkt ich zu mir ein bisschen rein und besser sie sehen die linie wird auch entsprechend hervorgehoben und jetzt klicke ich da drauf und sage okay dieser punkt soll fixiert werden ist er fixiert wiederhole den befehl jetzt für die obere linie und sage dieser untere punkt soll auch fixiert werden und momentan wäre quasi nur diese linie fixiert dieser punkt allerdings die oben kann sich jetzt noch verändern deswegen gehe ich auf die obere linie und aufpassen wenn ich in die mitte gehen würde wäre es dieser punkt also gehe ich weiter nach hier unten und jetzt habe ich einen richtigen punkt erwischt und habe jetzt auch diesen punkt fixiert jetzt erscheinen hier diese symbole für die parametrik also für die parameter die sie eingestellt haben pro element also sehen wenn sie drauf gehen mit der maustaste nicht nicht klicken einfach nur drüber gehen dann sehen sie im Prinzip welches element das ist und welcher punkt hier oben erst dieses element und dieser punkt das können sie übrigens auch hier löschen rechte maustaste drauf dann können sie es löschen ausblenden und so weiter jetzt haben wir das gemacht was fehlt jetzt noch sagt okay was auch noch wichtig ist ist dass diese linie eigentlich immer vertikal bleibt genauso wie diese die bleibt vertikal und die bleibt vertikal das heißt wenn ich das hier ändere dann ändern sich zwar hier die punkte aber sie bleibt immer parallel zur y-achse genauso diese da geht zwar der punkt nach hier oben weg aber die linie bleibt immer parallel zur y-achse also fixiere ich mir hier diese beiden richtungen also ich gehe drauf und sage okay das soll fixiert werden ich wähle die linie an und sage okay die soll immer parallel zur y-achse sein jetzt habe ich mir das fixiert und ja was auch noch wichtig ist wenn ich jetzt das ganze hier verändere sprich werde mein wegen dann diesen punkt hier verschieben dann soll natürlich diese punkte und diese auch mit wandern ja weil sonst schiebe ich quasi das hier rüber und mein wegen dieser form ich zeig das noch mal kurz geht es ja auch verschieben ja aber der bogen bleibt hier oben erstmal davon unbeeindruckt wenn ich allerdings sagen ja gut dieser punkt klebt immer an diesen dann wandert der bogen entsprechend mit also brauche ich wieder eine geometrischen parameter und zwar ist das dieser damit kann man zwei punkte zusammenfassen die quasi zusammenfallen so ein bisschen ran zu mir aufpassen selbe wie hier wieder gucken das richtige element erwischen a richtige element b richtiger punkt dieser und dann hier oben dieser sieht man hier an diesem symbol jetzt hat er hier die beiden punkte zusammengefasst und wenn ich jetzt hier auf schieben gehe ich zeige das mal dann geht das hier entsprechend mit aber man sieht hier oben schön dass dieser punkt dann entsprechend mit wandern würde also hier oben und das möchte ich nicht deswegen muss ich hier oben auch noch den punkt an dieser linie festkleben ich mache das hier nochmal also das war wieder block editor und dann haben wir hier dieses linie mit diesem punkt und diese linie mit diesem punkt sind die wieder fixiert und ich teste das ganze noch mal gehe auf start verschieben und sie sehen jetzt hängt das hier fest aber sie sehen natürlich auch wenn ich das ganze getestet habe dass das eine andere richtig früchte funktioniert wenn ich das hier schiebe dann geht das nach hier unten und so weiter das ist noch nicht so optimal und wenn sie jetzt das hat im prinzip mit dem blog ist noch gar nichts zu tun ja dass diese parametrischen abhängigkeiten die hier gesetzt habe diese geometrischen abhängigkeiten bedingen eigentlich den blog dann später in der zeichnung nicht wirklich ich kann das mal kurz zeigen was ich meine ich gehe mal auf den blog editor sie können im übrigen hier testen wenn ich mal auf test gehe und ich gehe sie auf meine auf mein blog dann sehe ich habe ich eh nur ich kann den blog nichts machen ja ich habe nur diesen anhaltepunkt und kann hin und her schieben aber ich kann ja nichts irgendwie vergrößern das heißt wir brauchen im prinzip noch parameter die man hier entsprechend einstellen können damit sich die größe ändert und die entsprechenden davon abhängigen Elemente mit ändern das können wir schließen gehen auf testblock schließen und jetzt jetzt mal die entsprechenden parameter die finden sie hier unter bemaßung oder auch in der palette hier unten unter abhängigkeit hier setzen sie jetzt die abhängigkeitsparameter entweder hier oder hier das sei ihnen freigestellt ich möchte später hier diese breite ändern also gehe ich jetzt hier auf so ein bemaßungsparameter und sage hier horizontal und sage okay dieser punkt wieder aufpassen und richtig ein punkt erwischen es geht aus von diesem punkt bis diesen punkt und setzt das hier unten ab und sage mir naja das ding soll dann heißen dx für die x richtung und hat eine länge momentan von 75 das ist jetzt schon ein parameter den ich verändern könnte dann später in meiner blog jeweiligen blog referenz probieren wir das mal aus ich gehe mal auf teste teste mal den blog und wenn ich jetzt hier drauf gehe dann habe ich jetzt hier so ein punkt das kennt sich mit namischen blöcken und dann sieht man hier dann kann ich meine blog referenz schon verändern allerdings funktioniert im moment noch nicht so wie man es haben wollen ich beende den test testblock schließen und setze noch einen zweiten parameter nämlich den für die höhe also wieder von hier vertikal sage von hier ausgehend nach hier oben den nenne ich die y für links linke tür brauchen später eine rechte tür wenn er rechts aufgeht und sagen dieser parameter entspricht ja diesen das ist ja im prinzip dieselbe länge wie hier unten also sage ich okay das entspricht die x das hat den vorteil ich brauche diesen parameter endlich später und der passt sich automatisch an diesen an gehen wir auf enter und ich habe jetzt war es noch so ein festhalte punkt ich könnte man könnte jetzt denken man kann das auch hier ändern aber dadurch dass sie das hier an von diesen abhängig gemacht haben wird dann später ausgeblendet ich zeige euch mal was ich damit meine ich gebe auf test blog aktiviere jetzt hier mein blog sie sehen der hier wird eingeblendet warum der ist veränderbar während der hier oben nicht eingeblendet wird daher quasi an den hier unten mit dran hängt das ganze mal schieben jetzt sehen sie jetzt geht das hier mit allerdings auch nicht so wie wir es haben wollen im übrigen durch die geometrischen parameter die wir gesetzt haben werden gewisse eigenschaften unserer oder beziehungen zwischen den elementen erhalten hätten wir die nicht gesetzt dann würde er nur diesen punkt hier verändern allerdings würden die die linie nicht so mit wandern wie wir das haben wollen also diese parametrischen abhängigkeiten sind wichtig damit sie gewisse zeicheneigenschaften beziehungsweise gewisse beziehungen zwischen den elementen erhalten können okay was es noch fehlt ist hier noch ein parameter für den radius damit der kreisbogen sich auch anpasst also gehe ich hier nochmal auf macht wieder von hier auf radius er will jetzt wissen welcher kreis das ist dieser und ich setze das ganze jetzt hier ab und den nenne ich jetzt rad links und der entspricht auch meinem dx parameter das heißt ich ändere dann später in meiner referenz diesen nur diesen parameter und die passen sich automatisch an und mit diesen constraints oder mit diesen geometrischen abhängigkeiten habe ich jetzt einfach die beziehung zwischen den einzelnen zeichenelementen fixiert so dass die sich dann entsprechend dieser rahmenbedingungen nur ändern können testen wir das ganze jetzt nochmal gehe auf block editor nicht schließen sondern testen vorher klicke auf meinen block und fahr jetzt rüber und sie sehen das passt super er fährt jetzt im prinzip macht meine tür größer oder kleiner und machen wir noch eine kleine schönheitsoperation das heißt was noch schön wäre wenn das ganze noch im 12 5 raster funktioniert wenn man das wünscht dann kann man das auch einstellen ich zeige wie das geht sie gehen nochmal auf schließen und justieren nochmal den parameter dieser parameter soll nicht beliebig geändert werden können sondern wir wollen diese änderung etwas einschränken dazu klicken wir den parameter angehen hier auf eigenschaften haben wir die möglichkeit den abstandstyp zu definieren ich sag mal inkrement das heißt ich gebe jetzt ein inkrement ein von 12 5 das bedeutet das ganze springt jetzt im prinzip nur noch in 12 5er schritten ich kann es noch ein minimum eingeben was durchaus sinn macht bei einer tür und sagen okay die tür kann mindestens 75 cm groß sein und ich kann sie dann nur noch quasi im 12 5er schritt vergrößern das heißt die nächste größe wäre dann 87,5 1 meter 1 meter 12 5 und so weiter man könnte jetzt noch die größe definieren das heißt die maximale größe der öffnung würde ich aber sagen macht keinen sinn ja das könnte man lassen das soll den user über den späteren anwender quasi überlassen werden und ja den rest können wir so übernehmen sie sehen sie können auch über die eigenschaften hier noch entsprechende anpassungen vornehmen und ich werde hier das ganze noch einfach hier auch noch ein bisschen verändern ich möchte im prinzip dann später wenn man diesen editor verändert vielleicht diese ja diese parameter punkte ausschalten damit das im prinzip klarer ist dass im prinzip das mein einziger parameter ist dazu klicke ich hier nochmal drauf gehe hier auf die eigenschaften und sage hier anzahl der griffe dann sage ich okay null sie sehen es gibt auch zwei also man könnte theoretisch auch hier auch noch einen griff haben dann könnte ich sowohl nach hier also nach da ziehen hier möchte ich gar keinen angezeigt haben weder später in der zeichnung noch im editor um den user nicht zu verwirren und hier möchte ich auch keinen angezeigt haben also hier sage ich hier gibt es halt nur einen griff oder gar keinen damit wird das sichtlich okay das ist mein einziger griff hier ändere ich später und alle anderen richten sich dann entsprechend dieser dieses parameters aus letzter test bevor wir das in der zeichnung ausprobieren ich gehe nochmal auf test block aktiviere mein blog schiebt das hier rüber und sie sehen jetzt kommt hier diese inkrement liste die nächsten schritte und das kann ich hier meine tür größer oder kleiner machen ja das hat funktioniert das ist super schließen wir das ganze und testen das nochmal in der zeichnung dazu gehe ich auf block editor schließen er fragt jetzt ob ich die änderung beibehalten möchte oder verwerfen ich möchte das ganze speichern also änderung speichern block editor beenden ich bin es wieder meiner zeichnung wenn jetzt zum beispiel auf meinen schon eingefügten blog klicke dann sehen sie sind auf einmal die funktionalitäten hinzugekommen und jetzt kann ich hier das ganze verändern und ich kann natürlich auch es den blog einfügen und dann hat das sehen sie ja hier das symbol in zukunft ist jetzt ein dynamischer block ich kann jetzt hier quasi anpassung vornehmen was beim statischen block nicht möglich war geben auf ok setzt das ganze hier ab und könnte jetzt hier das entsprechend verändern ja soviel zu unserem dynamischen blog ich möchte jetzt hier in diesem tutorial demonstrieren wie man türen auch an schrägen wänden einfügen an schrägen oder an anders an vertikalen wänden einfügen kann also nicht jetzt an der horizontalen wand wofür unser blog im eigentlichen sinne erstellt wurde wenn wir unseren gegenwärtigen block nehmen und den versuchen jetzt mal eine andere wand quasi einzusetzen als an der horizontalen da kann man folgendes machen gehen wir auf einfügen dann bleibe ich hier bei tür nehmen wir zum beispiel mal die vertikale wand da wissen wir dass der winkel 90 grad ist also sage ich mir okay ich gehe jetzt hier auf drehung und sage es ist 90 grad das heißt ich drehe den blog schon im vorfeld in meinem einfügen menü gehe auf ok dann sieht man jetzt hier hängt das schon an und an meiner mein faden kreuz und ich kann jetzt sagen okay ist entsprechend abgesetzt passt problem ist allerdings wenn jetzt auf der anderen seite sein sollte die tür kann ja sein vielleicht das nochmal dann gehe ich auf einfügen und müsste jetzt allerdings nicht 90 grad machen sondern minus 90 grad gehe drauf und jetzt ist an anderen seite und jetzt könnte ich hier meine tür entsprechend einfügen dasselbe gilt natürlich für meine horizontale wand wenn das quasi gespiegelt sein soll dann kann man es durch im nachhinein ein spiegeln das ging natürlich auch ich setze es einfach so ein geht dann hier auf spiegeln eleganter ist die stellen beim einfügen einfach den befehl auf 180 grad und dann können sie das ganze auch an der unterseite der wand quasi einfügen wie ist allerdings bei einer schrägen wand natürlich könnte ich mir jetzt hier den winkel einfach messen das geht mit start jetzt sind meine bemessungs werkzeuge hier ausgeschalten das muss ich schauen wo die hier sind hier ist es dann gibt es ja auch irgendwo den winkel dann kann ich mir den winkel einfach ausmessen ich mache das hier einfach mal zu demonstrieren da haben wir wirklich von 49 grad und den könnte ich jetzt entsprechend eintragen könnte man so tun ist natürlich nicht so elegant und ziemlich aufwendig deswegen gehe ich mal auf einfügen und sage ich möchte im prinzip den winkel am bildschirm bestimmen das heißt sie drehen das ganze am bildschirm ein gehe ich auf ok jetzt setze ich hier meine tür ab zum beispiel hier auf diesen punkt durch das problem dass ich jetzt schlecht den punkt erwische wenn ich mal das raster einblende dann sehen ich habe jetzt den rasterfang eingestellt und möchte allerdings genau auf dieser linie den punkt erwischen das geht mit dem raster nicht wirklich also mache ich den rasterfang erstmal aus dann ist es trotzdem schwierig hier genau einen punkt einzufangen dazu brauche ich jetzt rechte maustaste und string und sage hier auf nächster und könnte jetzt hier direkt einen punkt einfangen hier auf dieser linie und jetzt kann ich das ganze eindrehen und müsste jetzt nochmal auf string rechte maustaste auf nächster gehen und hätte jetzt hier meinen block entsprechend eingedreht interessant macht er das jetzt nicht habe ich jetzt den falschen nächster glaube ich basispunkt erwischt also nächster vorführeffekt jetzt habe ich es nächster glaube ich den falschen objektfang erwischt und jetzt ist quasi die tür auf meiner schrägen band also könnte man das machen sie gehen einfach auf einfügen und sagen hier am bildschirm bestimmen achten sie darauf dass sie den string rechte maustaste objektfang nächster verwenden dann wird quasi der nächste punkt auf dem element quasi erwischt können sie auch hier unten einstellen rechte maustaste einstellungen und den quasi dauerhaft aktivieren wenn sie das mehrfach mal machen müssen dann müssen ich jedes mal diesen objektfang aktivieren passen sie auf dass sie den nicht zu oft dauerhaft aktivieren denn nächster heißt er findet quasi den nächsten punkt auf dem element und ist für diesen anwendungsfall praktisch aber in der regel wenn sie zum beispiel genau den endpunkt haben wollen oder schnittpunkt und sie haben den nächsten auch aktiviert dann kann es oft vorkommen dass man dann hier den nächsten aktiv fängt und nicht den endpunkt deswegen sollte dieser objektfang nicht immer dauerhaft eingestellt sein als wirklich nur dann wenn man es wirklich dauer wenn man es meinetwegen jetzt im nächsten paar befehlen braucht aber man sollte das nicht immer aktivieren weil das ist eine ziemliche fehlerquelle deswegen nehme ich gleich wieder raus und gehe auf ok und ja es ist ja eine möglichkeit elegant ist allerdings diese funktionalität schon im dynamischen block zu implementieren ich möchte nochmal raus wenn man das dann schneller demonstrieren kann ich gehe auf meinen block rechte maustaste dann auf block editor und möchte jetzt diese funktionalität einfach meinen dynamischen block einbauen nun das eine ausrichten ist verhältnismäßig simpel im block wieder gehen sie hier auf unsere palette für die parameter und dann gibt es den ausrichtungs parameter jetzt wieder wissen den punkt ich nehme da meistens immer das mal den ursprung und ziehe meine linie auf von hier bis hier jetzt hängt ja der parameter auch am ursprung das hat seine vor- und nachteile ich schiebte mal raus das heißt ich klicke mal auf die linie schiebte mal hier raus und zeige erstmal wie das wie der block funktioniert wenn der parameter nicht direkt über dem basispunkt liegt und dann zeige ich nochmal wie der parameter funktioniert wenn er quasi direkt über dem basispunkt liegt das hat seine vor- und nachteile wie gesagt ansonsten mehr müssen sie eigentlich nicht machen wie gesagt sie fügen einfach hier den ausrichtungsparameter ein und dann geben sie einfach die richtung an in dem fall ist natürlich diese richtung weil das natürlich das weil das unsere wand ist man kann natürlich auch diese richtung nehmen bei irgendwelchen anderen blöcken oder auch eine schräge das ist völlig egal entscheidend ist es quasi eine linie ist anhand dessen deren sie das ganze ausrichten wollen jetzt können wir das testen dazu gehen wir schließen den block editor und wir speichern die eigenschaften und probieren das ganze mal aus also wenn sie jetzt den block aktivieren dann sehen sie jetzt den neuen dynamischen parameter das war basispunkt das war die größe und das ist jetzt ausrichten und wenn sie jetzt den block an diesem punkt anfassen und woanders hin schieben da wird es mal automatisch an einem element ausgerichtet der fang nächster wird aktiviert je nachdem wie sie jetzt die linie anfahren von dieser seite oder von dieser richtet ihr das entsprechend aus das braucht man schon mal ein bisschen übung wenn man den dreh raus hat was die richtige seite ist aber wenn man das dann ein paar mal gemacht hat ist das glaube ich ein gutes feature um damit zu arbeiten hier sehe ich das auch auf der vertikalen linie ich mache mal das raster aus sieht man das bisschen besser so oder halt so so können sie anfangen wenn sie allerdings nur diesen punkt erwischen also den basis punkt das geht natürlich auch dann wird nichts ausgerichtet dann verschieben sie es quasi ohne ausrichten aufpassen bei der ganzen geschichte ist wenn sie auf einfügen gehen da wird auch nichts ausgerichtet ja dann müssen sie erstmal hier absetzen und dann müssen sie quasi noch mal anfassen und jetzt wird es ausgerichtet wenn sie wollen das direkt beim einfügen das ganze schon ausgerichtet wird kann durchaus vernünftig sein dieser gedanke dann klicken sie dann müssen die den parametern bisschen verändern ich gehe mal hier drauf auf meinen editor block editor und setze jetzt mal diesen ausrichtungsparameter genau auf meinen basis punkt ich aktiviere hier diese ausrichtungslinie damit hier dieser anfasspunkt quasi sichtbar wird das kann ich den heiß machen und schiebe jetzt hier rüber genau auf meinen basis punkt schließe meinen blog editor wieder das noch mal aus gehe auf einfügen aufpassen dass wir keinen winkel eingestellt haben weil sonst kann natürlich das ganze nicht mehr drehen geht sie auf ok und jetzt ist es quasi direkt am basis punkt jetzt wird direkt beim einfügen das ganze schon ausgerichtet hat natürlich den nachteil wenn sie das ganze jetzt einmal ohne ausrichtung verschieben wollen dann ist das schwierig ja dann müssen sie das mit dem beschieben befehl machen dann müssen sie auch verschieben gehen und halten punkt erwischen der jetzt außerhalb vom basis punkt liegt weil es fällt quasi basis punkt und ausrichtungs parameter zusammen und das bedeutet sobald sie das ding hier an aktivieren und hier drauf gehen dann wird das auch entsprechend ausgerichtet ja soviel zum ausrichten eines blockes mit hilfe dynamischer parameter ich möchte jetzt meinem dynamischen block noch ein feature hinzufügen wie man zum beispiel die öffnungsrichtung der tür ändern kann das heißt die tür soll nicht nach rechts aufgehen sondern in dem fall nach links man kann es natürlich auch mit den normalen zeichen operation machen indem man den block einfach spiegelt ich will erstmal kurz demonstrieren ich gehe auf spiegeln er fragt jetzt was spiegeln diesen block beende meine objektauswahl mit der rechten maustaste und gebe es den ersten punkt der spiegelachse an das ist schwierig hier den mittelpunkt dem raster zu finden 75 die hälfte das geht sich nicht ganz aus da findet man kein raster punkt deswegen hat doch gibt es hier ist dieser war doch 75 das geht ja genau aus und eingabe hätten das ganze jetzt gespiegelt also wir gehen auf spiegeln wählen die den block aus beenden die eingabe der rechten maustaste geben jetzt den punkt der spiegelachse an entweder mitte zwischen zwei punkten oder wir nehmen hier den mittelpunkt das ist auch dieser hier bei 75 geht sich das da genau aus ziehen das hier auf und sagen allerdings dass wir das original löschen möchten und dann hätten wir die tür gespiegelt das wäre eine möglichkeit wie man das spiegeln könnte ist natürlich sehr mühsam wenn man das jedes mal machen muss besser wäre wir hätten hier auch wieder so ein parameter den man einfach anklickt und dann wird einfach die türöffnung die türöffnungsrichtung entsprechend geändert wie das geht möchte ich kurz demonstrieren rechte maustaste auf dem blog blog editor und jetzt können sie wieder den blog verändern es gibt hier zwei möglichkeiten mit der man das probieren kann die erste variante möchte ich kurz andeuten der hat bei mir allerdings nicht funktioniert jetzt weiß ich nicht genau ob es vielleicht doch eine möglichkeit gibt das geschickt hinzubekommen bei mir ist nicht geklappt deswegen bin ich einen anderen weg gegangen ich werde nur kurz zeigen wie das funktioniert wo man da suchen kann und zwar gibt es die möglichkeit umzukehren damit können sie quasi so eine spiegeloperation parametrisieren das ist diese hat bei mir nicht funktioniert ich vermute das liegt deshalb das liegt daran dass aufgrund dieser abhängigkeiten die man hier definiert hat dass die nicht so ohne weiteres mit gespiegelt werden können aber vielleicht gibt es eine möglichkeit das doch hinzukriegen das wäre das deswegen bringe ich sie mal auf die idee das auszuprobieren vielleicht gelingt ihnen das ich habe dann keine zeit mehr gehabt ich bin einfach einen anderen weg gegangen viele wege führen nach rom der ist vielleicht nicht ganz so elegant diesen weg den ich jetzt zeigen werde aber er funktioniert und zwar gehen wir da hier wieder auf unsere palette wir nehmen allerdings nicht spiegel sondern wir nehmen den parameter sichtbarkeit wo legt man den ab den legt man hier daneben hier kann man jetzt entsprechende sichtbarkeit steuern momentan sind noch keine sichtbarkeiten keine sichtbarkeitsebenen definiert deswegen kommt hier dieses zeichen im übrigen können sie auch die namen der parameter verändern den sie einfach den parameter anklicken und dann können sie unter eigenschaften das hier entsprechend überschreiben und noch andere dinge ändern nicht viel aber immerhin gibt es einige was sie ändern können dasselbe geht auch hier in unserer funktionspalette für den den parameter manager jetzt sind wir quasi alle parameter abgebildet und hier kann man auch gewisse anpassungen vornehmen ja was wir machen müssen ist dass wir das ganze hier spiegeln dazu gehe ich auf start das haben wir eben gerade gemacht genau spiegeln wählen das die elemente zum spiegeln aus das einmal das türblatt der bogen für die öffnungsrichtung dann rechte maustaste objektauswahl beenden spiegelachse das ist diese und wir spiegeln das rüber aufpassen wir löschen diesmal nichts und wir lassen beide erhalten wir tun nur wechselseitig einen ausblenden deswegen nein und ja jetzt muss man einfach die ebenen festlegen und definieren was auf der ebene zu sehen ist allerdings ein zwei punkte habe ich noch vergessen die sollte ich vorher noch machen das empfiehlt sich das vorher zu machen und ich im nachhinein nehme ich noch die parameter festzulegen hier für meine gespiegelte tür weil diese momentan noch nicht vollständig parametrisiert das ist zwar mit gespiegelt wurden die zwei sachen aber hier müsste man noch mal etwas nachsetzen und zwar machen wir das noch ich lege noch den parameter fest für den radius das wäre radius rechts in dem fall also block editor hier hat man die radien das war dieser klicke auf meine legt ihn hier drin ab so ungefähr den nenne ich rad rechts und der entspricht auch wieder dem dx jetzt teste ich das ganze erst noch mal bevor ich anfange dass mir die sichtbarkeit überhaupt funktioniert das müssen natürlich wenn ich den parameter ändere diese tür entsprechend hier mit wandern also ich gehe auf test und klicke auf meinen blog und wir sehen das klappt noch nicht so richtig also hier fehlen noch ein paar geometrische parameter die zu definieren sind und natürlich noch bemaßungsparameter denn mir fällt gerade ein hier fehlt natürlich noch der vertikale sie sehen so ein test ist gar nicht so schlecht den habe ich natürlich noch übersehen der fehlt natürlich auch noch ich habe natürlich noch diese länge die länge dieser seite noch nicht mit dieser länge verbunden das machen wir noch also fielen wir noch hier den vertikalen ein wie gesagt sie können das hier in der palette machen oder oben wieder von hier unten nach hier oben und das ist jetzt die y rechts und das entspricht wieder dx enter wie gesagt man kann das hier direkt eingeben wenn man das hier vergisst oder so können sie das auch über den parameter manager machen oder hier über die eigenschaften hier können sie das auch eingeben dass man am rande erwähnt ja jetzt haben wir den gesetzen sollte schon etwas besser funktionieren vielleicht ist es schon perfekt schau mal was ran zu mir die sachen besser sehen man kann auch mal das raster deaktivieren und jetzt fahr ich immer rüber sie sehen naja so richtig klappen tut das noch nie also hier ist noch das nicht ganz perfekt hier muss ich noch schauen dass die linie auch noch mit wandert ok schließen wir das und was natürlich noch fehlt ist hier die abhängigkeiten zwischen dieser und dieser linie beziehungsweise hier zwischen dem bogen und dieser linie sie erinnern sich vielleicht das war noch wichtig also setzt man das noch was man die richtigen erwischt jetzt wird dieser diese diese und dasselbe nochmal mit dem bogen nach da beziehungsweise bei dem bogen könnte man ja auch sagen na gut der bogen ist ja eigentlich immer hier an dieser position aber auch mit der abhängigkeit das hat es funktioniert machen keine experimente also ich sage jetzt hier das ist diese linie ich muss den objektfang ausschalten den rasterfang ausschalten meine maus also aktivieren wir noch mal tun wir die beiden linien mit lander verbinden so diese diese ich hoffe es hat geklappt was momentan ein bisschen ungünstig ist dass die parametre schon eingeschaltet sind deswegen ist es immer schwer jetzt wirklich die zeichenelemente zu erwischen nicht die parameter für den fall dass es nicht geklappt hat muss ich jetzt die parameter noch mal ausschalten deswegen auch ganz am anfang wo wir dieser tutorial angefangen haben ein hinweis tun sie möglichst erst die geometrischen parameter setzen bevor sie die bemaßungsparameter setzen das erleichtert die arbeit testen wir das ganze mit etwas glück hat jetzt funktioniert ansonsten sind die parameter nicht mitgekommen oh ja jetzt sieht man schon das tier der das vernetz nicht geklappt hat ja hier sollte ich noch mal schauen dass ich das ausschalte also gehe ich noch mal auf schließen und schalte mal hier diese parameter aus da gibt es im prinzip nur einen weg der mit jetzt hier bekannt ist dass ich einfach mal diese parameter auf dem layer lege den ich auch ausschalten kann ich habe dafür in meiner zeichnung immer so ein layer der heißt hülskonstruktion da haue ich alles drauf was im prinzip nicht gedruckt werden soll und was eigentlich nur mehr zu hülszwecken genutzt ist dieser hier den schalte ich mal aus und jetzt lege ich all die parameter drauf die mich die mich jetzt hier so nerven sondern gehen wir hier auf eigenschaften und sagen hier der hülskonstruktion so habe ich das mal ausgeschaltet also man sieht ja auch schön dass der punkt nicht mitgekommen ist vor uns ja wir haben überall die fixierung hier an den ecken das heißt wir haben die linie verbunden allerdings ist das hier nicht mitgekommen tun wir das noch korrigieren also ich gehe auf meinen blog editor hier hinten nach der registerkarte dann nach den entsprechenden befehl gehe auf die linie so dann auf die hier unten aufpassen dass nicht den mittelpunkt erwischen und diese hier und dann haben wir das fixiert und machen mal den test jetzt probieren aus und mal glück hat es funktioniert und wir können die haben nichts übersehen jetzt habe ich noch ein kleines problem ja meine hülskonstruktion ist ausgeschaltet ich weiß nicht ob das funktioniert weil meine parameter sind momentan auf dem layer aber das sieht ganz gut aus das passt ja das heißt das hat funktioniert was wir machen können ist unsere sichtbarkeiten einzustellen das heißt wir müssen jetzt hier noch verschiedene sichtbarkeitsebenen aktivieren dazu gehen wir hier drauf auf den sichtbarkeitsstatus momentan sind beide aktiviert was nehmen wir da nehmen wir einfach tun wir den aktuellen einfach links und machen noch einen neuen dazu den nennen wir rechts und jetzt tun wir noch die parameter wieder einschalten damit wir die auch sehen und entsprechend zuordnen können hier muss noch aufpassen die linie habe ich vorhin mit erwischt die sollte ich noch mal rausnehmen aus der aus der aus dem leer weil das nicht so gut ist wenn die mit ausgeschaltet wird das ist leer grundriss tür öffnung so sollte wieder passen weil ich gesagt die leer kommen beim einfügen des blogges entsprechend mitten deswegen sollten die auch im bloggen schon passen ja was wir machen wollen die sichtbarkeit wie gesagt also wir gehen jetzt hier rein dann haben wir gerade den ebene rechts aktiviert das tun wir quasi definieren was wir was ist auch was was ausgeschaltet bei der ebene rechts ausgesucht unsichtbar wird quasi die linken einstellungen nehmen auch den parameter mit dazu dieser ok und dann gehen wir da rein jetzt sieht man es ist quasi ausgeschaltet jetzt gehen wir auf links und bei der linken tür gerade umgekehrt was ist richtig links rechts ist diese genau stimmt ja man sollte rechts und links nicht verwechseln jetzt gehen wir zu links und bei links wird jetzt quasi diese tür ausgeblendet also gehen wir auf ausschalten und sagen wir wollen das nicht sehen das nicht sehen das nicht sehen und das nicht sehen was wir machen sollten doch vollständigkeitshalber ist hier noch die einstellung wegnehmen kann man jetzt nicht einstellen müssen wir noch mal hier auf die parameter auf die eigenschaften gehen und hier sagen wir wollen ups was habe ich jetzt hier noch einmal wo sind die eigenschaften hier sagen anzahl der griffe machen 0 und dasselbe gilt für den das müssen sie nicht machen aber ich finde das immer ganz praktisch wenn man das dann ausschaltet wenn ich noch eine weile wieder reinschaue in dem blog weil ich irgendwas verändern möchte dann ist natürlich praktisch wenn ich das entsprechend so schon mal aufbereitet dass man im prinzip sich auch schnell wieder zurecht findet deswegen schalte ich das aus damit ich sehe okay das ist das einzige was hier verändert wird das und das sind meine parameter dann später auch in der zeichnung und die hängen einfach nur an diesen parametern mit dran deswegen ist auch wichtig dass sie schauen es nicht zu viel parameter verwenden es wird nämlich schnell unübersichtlich vor allem unnötige parameter passiert oft dass man da ja auf auto abhängigkeiten geht und dann werden zig parameter hier erzeugt und irgendwann blickt man nicht mehr durch ich mache das immer ganz bewusst dass ich möglichst nur die parameter erzeuge sei es und geometrisch sei es bemaßung die wirklich notwendig sind ok testen wir das noch mal hier das können wir gleich testen wir schalten das ja mal aus jetzt sind quasi nur die wenn sie hier drauf gehen quasi alle ebnen angezeigt die aktuelle ist quasi scharf und die darunter oder die nicht aktuelle wird quasi so ein ausgeblendet ich mache mal das raster aus damit sie das besser sehen ja man sieht jetzt aufgrund des hintergrund sieht man nicht so gut aber das quasi das ist scharf gestellt das ist quasi etwas transparent dargestellt und deswegen sieht man das kaum sie kann aber auch hier sagen okay ich möchte es überhaupt nicht sehen dann sehen sie wirklich nur das was je nachdem was da gerade ausgewählt wird jetzt können wir das ganze noch mal testen in unserem blog test und gehen wir mal rein klicken hier unser tür an schieben die mal rüber das geht noch können jetzt hier auf rechts umstellen und schieben das hier nochmal rüber ja das geht auch auch noch wieder zurück geht auch und hier können sie umstellen auf links das ist im prinzip die funktionalität die wir haben wollten für unseren türblock dynamischen türblock sollte man genauer sagen wir können jetzt das ganze hier schließen und natürlich speichern änderung speichern blogger beenden und könnten das zum schluss noch mal hier in unserer zeichnung ausprobieren aber das ist natürlich klar dass es ja auch funktioniert ja soviel zum erstellen ins türblock ist man kann das ganze natürlich erst noch ausbauen und könnte jetzt hier noch sagen okay ich möchte meinetwegen hier noch das ganze erweitern damit auch meinetwegen andere türen also andere wände auch unterstützt werden dass man hier noch so ein paar sind so ein parameter quasi auch noch hier unten macht ja wäre eine nächste möglichkeit man könnte das meinetwegen noch besser programmieren das man oder besser erstellen dass man meinetwegen hier so ein flip macht dass die tür nach unten kippt ja das wäre auch möglich also hier gibt es noch zig möglichkeiten sich daran auszutoben ich möchte es damit begnügen ich glaube dass man hier an diesem kleinen beispiel einmal die mächtigkeit dieser dynamischen blöcke verbunden mit den mit der parametrischen mit der parametrischen CAD kennengelernt hat so ja so 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 Untertitelung des ZDF, 2020